Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Lego YouTuber Custom Serie. Wir haben unge, beziehungsweise ungefilmt, nachgebaut. Nämlich einmal, also eher ein Rührerlaufen und nicht als ungespielt, sag ich mal so was, als Skin. Als Michaelfigur? Genau. Nämlich wir haben Tontos Frisur vorne abgeschnitten und dann bleibt nur noch dieses Art Kopftuch übrig und hinten diese braunen, etwas festeren Haare, sag ich mal. Rasterlocken, aber für ein bisschen was Festeres sozusagen. Genau, mit Kopftuch, was er ja auch öfters trägt. Genau, und dann hat er halt so dieses Palmenschiff, was er auch öfter trägt, haben wir versucht nachzumachen. Und er steht auf einem Longboard. Da haben wir uns ein bisschen getrickst, aber wir finden trotzdem, dass wir es mehr oder weniger guter kämpfen. Das ist natürlich das Ungeboard, aber Longboard, also auf jeden Fall. Ja gut, Instagram-Link ist in der Beschreibung und von unserem Nextplay-Kanal auch. Findet ihr beides da, schaut doch mal auf der Hör vorbei. Wenn es euch gefallen, lasst mir Pusseblecken da, bis dahin haut rein, ciao! Und schaut uns auch in die Kommentare, was wir jetzt nicht bauen sollen. Ciao! Ja, ciao!